Für mich das wichtigste Thema im Bereich der Jugendarbeit ist Demokratie stärken. Dass wir unseren jungen Menschen auch erzählen, wie wichtig die Demokratie ist für die Vereine, für das Leben im Freizeitbereich, im Berufsleben. Da ist überall die Demokratie, die wir in den letzten Jahrzehnten erlebt haben in Deutschland, wichtig. Dass es auch in Deutschland weiterhin gut weitergeht. Und da müssen wir einfach den Fokus drauf legen, dass alle Menschen, die sich einsetzen wollen, auch wissen, wie viel da die Demokratie dazu beiträgt.